Guten Abend. Herzlich willkommen im Seminar. Wie kann ich nach 18 Uhr noch dafür sorgen, dass die Sonne scheint hier wieder aufgeht? Okay, also. Technik 1, Wunschtechnik, haben wir absolviert. Technik 2, Bedingungstechnik. Die Bedingungstechnik kennzeichnet sich durch dieses Piktogramm, die Formel, nämlich if, when, was so viel bedeutet wie wenn ich X oder Y erfülle, in dem Fall den Hinderungsgrund ausräume, machen Sie dann mit mir den Termin ab, kaufen Sie dann. If, when, wenn, dann. Diese Bedingungsfragen sind eben der Inhalt der Technik 2, der Bedingungstechnik. Mit der testen wir, ob es uns gelungen ist, den Einwand erfolgreich zu entmachten und weiter einen Schritt in Richtung Terminabschluss oder Vertragsabschluss zu gelangen. Ob wir sicher sein können, dass die dem Einwand zugrunde liegenden Hindernisse wirklich erfolgreich ausgeräumt und der Kunde mit mir gemeinsam erfolgreich einen Schritt weiter in Richtung Ziel gelangen können.